Kann der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern nachträglich noch scheitern? Die Verhandlungen über die Umsetzung der Gesundheitsreform sind in Stocken geraten. Die Länder haben dem Bund ein Ultimatum bis Ende Juni gestellt. Daraufhin hat Gesundheitsminister Johannes Rauch für Freitag völlig überraschend eine Sondersitzung der Zielsteuerungskommission einberufen. Manche Länder fühlen sich von Rauch provoziert und ordnen ein wahlkampftaktisches Manöver, denn der Minister plant nach der Sitzung eine Pressekonferenz ohne Absprache. Das ist ein merkwürdiges Vorgehen. Der Minister will sich offenbar abfeiern lassen, so ein Insider zur Krone. Was noch dazu kommt? ÖGK-Obmann Andreas Huss, der für die Kasse die Verhandlungen führt, ist gerade auf Urlaub. Im Ministerium versucht man den Konflikt herunterzuspielen. Das Ziel ist die Umsetzung der Gesundheitsreform. Die Summen sind mit dem Finanzausgleich schon fixiert. Nun geht es darum, ein Regelwerk zu schaffen. Wie kann man die Mittel verwenden? Welche Projekte werden angerechnet? Was muss man an Nachweisen erbringen über die Mittelverwendung etc.? Heißt es aus dem Ressort auf Anfrage der Krone. Es geht um eine Milliarde Euro jährlich in den kommenden fünf Jahren. In der letzten Sitzung der Bundeszielsteuerungskommission Ende April, in der Maßnahmen hätten fixiert werden sollen, wurden alle Punkte vertagt. Es spießt sich in mehreren Bereichen. Unter anderem sind 90 Millionen Euro zusätzlich für Impfungen vereinbart. Der Bund wolle aber nach Angaben der Länder in diese Summen die Corona- und die Influenza-Impfung, die bisher vom Bund gezahlt wurden, hineinpacken. Damit würden diese Impfungen künftig zu einem Drittel vom Bund, von den Ländern und von der Kasse bezahlt werden. Der Bund würde sich damit Geld sparen. Bei der Umsetzung der Reform soll grundsätzlich ein Fokus auf der Erweiterung der Angebote im kassenärztlichen Bereich, sowie bei den Primärversorgungseinheiten liegen. Der Fluss von Zahlungen ist an die Umsetzung der Reformen gebunden. Gibt es keine Einigung, könnte es auch kein Geld für die Länder geben. Die Zeit drängt, denn die Nationalratswahl Ende September und die folgende Regierungsbildung machen einen Beschluss für heuer dann schwierig. Der aktuelle Streit zeigt einmal mehr, wie schwer sich Österreich wegen des Föderalismus in manchen Bereichen mit Reformen tut. Die Situation ist auch bei der Pflege ähnlich. Rauch hatte erst kürzlich ein Scheitern bei der Pflegereform eingestanden und eine Bündelung der Kompetenzen beim Bund gefordert. Wir haben das zentrale Problem, dass wir eine gemeinsame Finanzierung in einem zersplitterten System nicht hinbekommen haben. Das ist richtig. Wir haben uns jetzt mit einer Krücke beholfen, nämlich dem Finanzausgleich. Aber wenn Sie mich fragen, eine nächste Regierung wird sich wohl darüber unterhalten müssen, ob wir nicht endlich eine Bundesstaatsreform schaffen. So Rauch. Die Bundesstaatsreform und die Bundesstaatsreform auf Druckaukroft reinigen. Und das ist glaube ich, dass sich die��ская Nachhinein von Forti-Marimitzen auf die Leibende nicht mehr oder weniger entlang. So Rauch. So Rauch. So Rauch. So Rauch. So Rauch. Vielen Dank.